Beim iManager kann man sich die Bedienoberfläche frei konfigurieren. Die Hauptarbeitsmaske ist in fünf Bereiche unterteilt. Die Prozessanzeigen, die Statusleiste, die Einzelreihenansicht, die Infoleiste und die Softwareanzeige. Um die Bedienoberfläche ändern zu können, gehen wir zunächst ins Hauptmenü. Es muss zunächst der Einstellmodus aktiviert werden. Dazu gehen wir auf die Kachel mit dem Schloss und drücken hier erneut auf die Kachel mit dem Schloss. Nun ist der Einstellmodus aktiv. Bereits jetzt sind die Prozessanzeigen konfigurierbar. Dazu drücken wir auf das Feld und wählen die entsprechende Kachel aus. Um die Softkeys und die Statusleiste konfigurieren zu können, gehen wir in das Hauptmenü und drücken auf das Symbol mit dem Bildschirm und dem Zahnrad. Mit dem linken Symbol kann die Anzahl der Prozessanzeigen in der linken und rechten Spalte geändert werden. Drückt man nun auf das rechte Symbol, wird der Konfigurationsmodus aktiv. Dieser muss aktiviert werden, um in der Hauptarbeitsmaske die Softkeys ändern zu können. Nun können wir hier in der Hauptarbeitsmaske drei Sekunden auf ein Feld drücken und anschließend den entsprechenden Softkey auswählen. Bei aktivem Konfigurationsmodus kann nicht mit der Maschine gearbeitet werden. Dementsprechend muss der Konfigurationsmodus wieder deaktiviert werden. Vielen Dank. Vielen Dank.